Das Wetzger- und Catering-Unternehmen Feuchter Feines Fleisch und Meer in Rot am See ist das frische Erlebnis. Gerade unsere frische Art macht ihre Feier zum unvergesslichen Erlebnis. Feuchter Feines Fleisch und Meer verfolgt immer das Ziel, eine Auswahl von feinsten, marktfrischen Lebensmitteln und Zutaten bei seinen Kunden aufzutragen. Der pure Genuss von Köstlichkeiten, Finessen und Häppchen überzeugt. Gerade bei Jubiläen, Firmenfesten, Events oder auch ganz privat zu ihrem Fest sorgen wir für den kulinarischen Beitrag. Die Gerichte werden nach ihrem Geschmack zusammengestellt und vor Ort frisch zubereitet. Neben dem Buffet kann auch eine Kochstation integriert werden, bei der die Gäste dem Koch über die Schulter schauen können. Gerade im Fingerfood-Bereich beliefern wir große Veranstaltungen und kreieren neben klassischen Häppchen auch kleine Speisen, die vor Ort zubereitet werden und von den Standards abweichen. Bei einem persönlichen Gespräch vorab können alle Wünsche und Details besprochen werden. Dabei ist fast nichts unmöglich. Jeder Kunde wird individuell, persönlich und mit vielseitigen Vorschlägen beraten, sodass der geplante Event zu einem unvergesslichen Ereignis wird. Wenn Ihnen unser kleiner Werbefilm gefallen hat, was wir tun und was wir können, dann melden Sie sich doch einfach mal bei uns in Rot am See bei feuchter, feines Fleisch und mehr. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020